Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne ein Follow bei Spotify da oder eine Bewertung bei iTunes, denn heute sprechen wir über ein vielleicht kontroverses Thema. Es gibt da zwei verschiedene Lager, denn wir sprechen heute ein wenig über Open Scoring oder auch Open Judging, je nachdem wie man das nennen möchte. Und zu Beginn gibt es natürlich erstmal die Erklärung, was das Ganze überhaupt sein soll. Folgt übrigens auch gerne We Love MMA bei Instagram, dort verpasst ihr dann nämlich keine aktuelle Podcast Episode und Fight News. Open Scoring, ja es geht im Endeffekt darum, kurz gesagt, dass sowohl Fans als auch die Kämpfer selber wissen, wie der Kampf nach einer Runde gewertet worden ist. Beziehungsweise, naja, nicht wie der Kampf gewertet worden ist, sondern wie diese Runde gewertet worden ist. Das heißt, ein Kämpfer weiß dann zum Beispiel nach der ersten Runde, okay, er hat sie gewonnen oder okay, er hat sie verloren. Nach der zweiten Runde, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Kämpfer einfach der Bessere ist und er zwei Runden gewonnen hat, dann weiß er, okay, bei einem drei Runden Fight liegt er gerade vorne. Wenn der nicht gefinisht wird, dann hat er das Ding sicher. Dann kann ihm keiner mehr diesen Sieg nehmen, es sei denn, er fängt sich eine Submission, eine Disqualifikation oder einen Knockout und einfach einen Finish. So, jetzt gibt es aber das Thema, hm, sollte man das jetzt einführen oder nicht? Problematisch ist es, dass man sich sagt, hey, es gibt so oft kontroverse Entscheidungen, so würde man die Kämpfer natürlich auch dazu motivieren, mehr Gas zu geben. In der letzten Runde nochmal den Turbo quasi anzuzünden, wenn die Kämpfer wissen, hey, ich muss hier gerade gewinnen, ansonsten wird es sehr, sehr knapp. Ich muss in dieser Runde wirklich was zeigen, vielleicht einen Knockdown, vielleicht hole ich mir diese Runde viele Takedowns, damit die Judges mir diese Runde geben, damit ich diesen Kampf noch gewinnen kann. Problematisch ist aber, dass es natürlich auch dazu motiviert, nicht nur auf der einen Seite Gas zu geben, sondern auf der anderen Seite motiviert es dazu zu sagen, hey, ich habe hier zwei Runden in meiner Tasche, wofür bräuchte ich überhaupt noch die dritte Runde? Ich mache jetzt gemütlich einen auf, ich weiß nicht, nur Clinch und hole mir diesen Sieg auf eine sehr sichere Art und Weise, was dann natürlich für die Zuschauer nicht attraktiv ist. Das weiß auch Dana White. Klar, wir wissen, sowas wie Clinch und so weiter, das gehört natürlich zum MMA dazu und genau das macht auch das MMA aus. Wenn nur Striking sehen will, da kann man auch sehr viele schöne Muay Thai Veranstaltungen oder so schauen, gar keine Frage, Clinch gehört dazu. Aber auch Dana White weiß natürlich, hey, wenn das jetzt jeden Kampf vorkommt und immer in der dritten Runde, dann lässt das die Kämpfe im Nachhinein schlecht aussehen. Meistens erinnert man sich vor allem auch an die letzte Runde und dann ist es nun mal so, dass wenn ein Kampf zwei Runden relativ gut war, aber die dritte Runde, diese letzten fünf Minuten wirklich nicht schön, dann kann es natürlich sein, dass man sich sagt, so geil war der Kampf dann doch nicht. Dana White weiß das und hat Open Judging für die UFC abgelehnt. Er hat gesagt, nein, sowas wird es nicht geben, eben aus exakt diesem Grund, weil er nicht wusste oder weil er weiß, dass vermutlich dann einige Kämpfe nicht mehr so schön sein sollen wie vorher. Prinzipiell denke ich, stimmt das. Auf der anderen Seite denke ich, sollten wir uns trotzdem Lösungen überlegen, wie wir Judging verbessern könnten. In der UFC gab es doch oft umstrittene Urteile. Jones gegen Dominic Reyes fällt mir da immer als erstes ein, wie ich vor dem Fernseher saß und dachte, meine Güte, wir erleben hier gerade, wie Jon Jones jetzt sein Gürtel verlieren wird. Und plötzlich sagt Bruce Buffer, dass Jones immer noch der Champion ist und dann dachte ich mir nur so, oh Mann, wenn das mal keine Diskussion auf Twitter geben wird. Und es gab eine Diskussion auf Twitter und es gab auch eine Diskussion in der UFC. Aber das ist ein spannendes Thema und da gibt es auch so viele Meinungen. Der eine Teil sagt, hey, Open Judging wäre cool in der UFC, der andere Teil sagt, nein, auf keinen Fall. Das grenzt ja fast schon an einem Videobeweis im Fußball. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Gerade weil es so viele Meinungen gibt, interessiert mich eure Meinung. Schreibt sie gerne unten rein. Schaltet beim nächsten Mal ein, auf jeden Fall am Sonntag, wenn es die nächste Episode gibt. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.